Der nächste Elfmeter für Deportivo wird Pandiani ausführen. Pandiani, der Mann aus Bruchwein. Wissen Sie, wie der mit Vornamen heißt? Walter. Walter Pandiani. Mondragon im Tor von Gattazarei versucht ihn zu irritieren. Aber das juckt den Walter überhaupt nicht. Kurzer Anlauf und Tor. Was für Alefeber. 4-3 für Deportivo. Das war ganz knapp. Da braucht ihr die Hüfte jetzt. Gol. Do Deportivo. O quinto, o gol. Na agenda de penaltis. Agora mesmo lembren. Deportivo 5. Wicara das bei 4. Wicara das bei 4. Wicara das war. Die Hüfte jetzt. Aber ich bin der Tat. So, wir haben dich einfach mal auf dem Tor. 4-4. Wir haben hier mit dem Tor. Wir haben hier mit dem Tor. Alles gut. Wir haben hier mit dem Tor. Aber ich bin der Tat. 4-4. Wir haben hier mit 4. Es ist ein Kieler, das ist ein Kieler. Hakan, danke. Hakan, danke. 5-5. 7-6 für Deportivo. Da hat er den Ball einfach. Alle Karten in die Bühne gewonnen. Er schießt. Es geht hoch. Blavio Konza-Sauber, das 7-0 zwischen Galatasaray und Deportivo La Coruña. Württ, du glaubst! Württ, du glaubst das? Württ, du glaubst das? Er macht ihn nicht irritieren, meine Damen und Herren. Er hat den Ball aufbauen, aber nicht den Begriff. Württ, 7-0! Feser! 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 Es ist ein wenig zu vieles Werteilung der Russen. Ich muss sagen, dass heute eine sehr gute Anerkennung ist, der Galatasaray-Fossi-Fossi-Fossi-Fossi-Fossi-Fossi. Wir haben wirklich die Verwaltungen aufgewachsen. Wir sind sehr gut. Sehr gut, sehr sportlich, Galatasaray hat eine sehr gute Anerkennung. Danke schön. Und es ist in und es ist 11-0, 11-0. To quote a pop fan, EMF, you're unbelievable. To quote a pop fan, EMF, you're unbelievable. To quote a pop fan, EMF, you're unbelievable. When the Galatas ride works a win here today, that would certainly be a smack in the face of the established European football nations such as Germany, Italy, France and England. You can already see the headlines in the newspapers tomorrow, kebabbed, taken out by the Turks. Turkish delight. And it's in. And it's in. And it's in. Ubed Keran, 16-0. Galatasaray, once again levels things. This is unbelievable. I swear I'm running out of things to say. This is simply massive. I swear I'm running out of things. It's fantastic. I swear I worship Diamond. Das kann ja wirklich Freak-Evig-Meiner gehen. Das kann ja wirklich Freak-Evig-Meiner gehen. Phone up your boss at work and say, I'm sorry, I've hurt my back, I can't come to work. Don't go anywhere, you will regret this one for the rest of your born days. This is history and you want to make sure you're there.